Musik Ja, heute ist es auch für uns soweit. Der Umzug des bunten Kreis Rainer steht an. Natürlich auch mit einem weinenden Auge verlassen wir halt hier unsere Büroräume auf der Adenauer Allee, weil hier ist natürlich ja unsere Geburtsstätte. Und hier in diesem Büro, wo wir vor 16 Jahren angefangen haben, haben natürlich viele, viele Gespräche stattgefunden. Zum einen natürlich hier sehr, sehr viele Beratungen von Familien, wo wir auch vielen Familien halt helfen konnten, aber wo auch viele Ideen halt entwickelt wurden. Dass wir einfach halt heute mit dem bunten Kreis und mit sechs Standorten vielen Familien halt helfen können. Ja, und natürlich wissen wir, dass es ganz wichtig ist, dass es jetzt halt oben ins Eltern-Kind-Zentrum auf den Venusberg geht, weil die Nähe natürlich von Müttern, Vätern zu ihren Kindern das Wichtigste ist und auch für die Genesung ganz, ganz wichtig ist. Von daher schauen wir halt ganz positiv in die Zukunft und schauen, was uns dort halt erwartet. Ja, und hier sind wir in unserem Familiencafé, was wir auch vor vielen, vielen Jahren halt auf die Beine gestellt haben. Auch hier konnten wir viele Familien halt auffangen durch Gespräche, aber auch indem wir den Kindern halt außerhalb der Station ein paar schöne Stunden geschenkt haben. Hier wurde gebastelt, hier wurden Waffeln gebacken. Ja, und hier haben sich auch viele, viele Ehrenamtler halt eingebracht, denen wir natürlich auch nochmal ganz besonders danken möchten. Aber vor allen Dingen natürlich auch unseren Sponsoren, weil nur durch die war es halt möglich, dass wir halt hier nebenan damals vor 16 Jahren halt das Büro und hier dieses Elterncafé überhaupt umsetzen konnten. Und ja, wir nehmen Sie alle mit auf die Reise und werden Ihnen natürlich auch in den kommenden Wochen dann zeigen, wo die neuen Standorte des Bundekreis Rheinland sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017